Nr. 1 Der Ball ist so ein Zauberstab. Aber alle Bälle sind schon längst hier unten runter. Das war noch mal ganz lang. Wir fuhren jetzt unter jeden Becher ein Ball. Ein Ball kommt hier runter, ein Ball da runter, ein Ball kommt da. Jetzt darfst du den Becher ein. Wie geht das? Nein. Sehr gut. Hey, die Becher kommt zu. Sehr gut. Ja. Das kannst du jetzt sehen. Der kommt mit uns nicht wahr. Weiß nicht alle. Auf Zeit. Jetzt bist du rein. Der kommt mit uns nicht wahr. Super. Es ist die schwachende Frage, was es wäre gewesen, wenn du ihn jetzt nicht suchst. Oder ich weiß. Also den Becher entschieden. In den Ball? Dann wären wir das selten. Dann wären wir das selten. Genau. So. Wo ist der dritte Ball? Genau. Genau. So, noch einmal. Wir haben jetzt insgesamt eins, zwei, drei Becher und eins, zwei, drei Bälle. So. Machen wir mal ganz an. Der erste Ball. Und der rechte. So. Zauberstab. Und der zweite Ball. Der zweite Ball für dein Becher. Und der dritte Ball für die Tasche. Fertig. Schönen wir mal hier. Machen wir mal. Machen wir mal aufzeigen. Machen wir mal. Nee, eine Beine. Machen wir mal. turnoutich. Natürlich, weißt du ja. Ja. Jau. Ja. Weil hier ist keiner da unter. Wenn ich jetzt hier ein Becher hoch nehme. Wie viel sind wir da mit der Nürnse? Zwei! Sehr gut! Unter welchen Bächern wird das andere mit der Freizeit gesammelt? Da, das geht nicht. Hier ist schon ein Text. Was sagst du? Was sagst du? Hast du das hier gesehen? Hast du die beiden auch nicht? Was sagst du? 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 Ja, ich guck mal, Al von der ist der erste weg. Jetzt ist der zweite weg. Ich guck Lass mal wieder. Was sagst du? Das sagt, kein Kleiner war richtig. Das ist das. Der zweite weg ist der zweite weg. Ich mache den letztenen nicht.